Machen wir uns keine Ahnung, Dachterrasse oder sowas. Und da war ein Enderman zur Sache, äh, zu Gange. Die nerven so sehr. Wo sind wir mal Singleplayer-Comments installieren, das Abschalten, dass die das machen können. Mit dem Herumgesammel. Da kann man nämlich, äh, Slash Enderman eingeben und dann hören die damit auf. Finde ich persönlich sehr praktisch, aber wir wollten eigentlich ja kein Holz holen. Ich trottel. Erde wollten wir holen. Pam, pam. Pam. Und dass es halbwegs ästhetisch noch aussieht. Ach, hier waren wir übrigens noch nie, glaube ich. Wollen wir uns gleich mal ein bisschen umgucken. Wie viel Erde brauchen wir vielleicht? Na, ich sage mal 20 mit. Können auch gleich ein Stack voll machen, aber ich glaube, wir haben zu Hause eh noch Erde. Warum machen wir das hier eigentlich? Huch. Ist ja komisch. Sagt, vielleicht ist hier hinter was, weil das noch ein Hohlraum war. Habe ich auch noch nie gesehen. Also, das ist jetzt was ganz Außergewöhnliches, ne? Müsst ihr schon respektieren. Was ist das denn für ein cooler Scheiß? So eine kleine Sandinsel mit ein bisschen Gras, klar. Wo dann hier mal eben so, ja, ein Baum draufsteht. Ist doch auch nett. Wie, lasse ich den hier? Ja, den lasse ich hier. Das ist nämlich ein großer. Ah, ich glaube, ich habe auch gerade die Settings alle auf Anschlag. Freunde! Und so reisen wir durch die Lande. Auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir wollen viel erleben und Spaß haben. Hier in Minecraft. Wo die Welt aus Wlecken besteht. Und der Spieler ein hässlicher Fatzke ist. All das und mehr ist Minnekraft. Jetzt für 10 Euro erhältlich. Spiele bezahlen ist übrigens eine tolle Sache. Wollte ich nur mal erwähnen. La la la. Wir haben ja noch einen Haufen Erde. Ups, war das gerade? Ja. Auch mehr wooden Slaps. Hätten wir gar keine machen müssen. Für den Arsch. Super. Also, für den Arsch hätten wir keine machen müssen. Gott, das ist hier viel Erde. Ich nehme die mal mit. Ach, da ist ja noch Eisen. Uns fehlen nämlich noch Schuhe. Und zwar genau vier Eisen sind da. Von daher ist das ganz praktisch. Weil wir uns dann Schuhe machen können. Ne, jetzt ist es deinstalliert, wenn wir in die Items. Ich habe es gerade nochmal getestet. Und irgendwie ruckelt es jetzt gerade nicht. Nein, ich darf das nicht sagen. Ich darf das nicht sagen. Ich darf das nicht sagen. Dann ruckelt es nämlich immer. Wenn man es sagt. Immer wenn man etwas Schlechtes... Also wenn man nicht will, dass etwas Schlechtes eintritt. Man darf es einfach nicht sagen. Dann passiert es auch nicht. Der Track heißt gerade The Flame of Hope. Die Flamme der Hoffnung. Die für mich vor Jahrzehnten ausgebrannt ist. Nein. Jahrzehnte, wie soll das eigentlich gehen? Ich lebe ja noch nicht mal drei. Volle Jahrzehnte. Ah ja. Und keine vier. Ja, ne. Ich bin ja eigentlich fünf. Von daher... Fünf bin ich. Das ist übrigens keine Lüge. Ich bin tatsächlich fünf Jahre alt. Wo ist so ein kleiner Tunichtgut? Der immer nur Schabernack im Kopf hat. Der den Schalk im Nacken hat. Wisst ihr, ne? So. Oha, oha. Ich darf die Musik nicht verarschen. Das ist ein schöner Track. Warum mache ich das? Bringt doch eh nichts mehr. So. Und noch mehr hölzernes Holz aus Holz. So. Noch mehr... Mehr, mehr, mehr Holz. Wir können mal eben alles zu Stickys machen. Keine schlechte Idee eigentlich gerade. Weil wir brauchen ja recht viel Zaun. Ein Zaunkönig. Nein. Jetzt... Komm. Danke. Dann sprinte mal hoch. Mein kleiner Freund. Mein gefiederter. Es gab eine Zeit, da habe ich zu Leuten immer gesagt. Mein gefiederter Freund. Ich weiß aber nicht warum. Am Ende taucht hier oben gleich eine Spinne auf. Ich würde es den Mistviechern ja zutrauen. Weil wenn die uns sehen, kommen die hier hoch. Da hinten ist eine Kuh. Schön. Unser episches Abenteuer hat gerade erst begonnen, Freunde. Was werden wir nicht noch alles erleben? Also doch, nicht nicht. Hehe. So. Ach, schöne Musik. Oh, ist die Musik toll. Ich liebe es. 1, 2, 3, 4. Jetzt geht es fast auf. In zwei Stickys geht es nicht auf. Dann können wir eigentlich auch so. So. Und haben wir 22 Zäune. Und hier hin und hier hin und hier hin. Sehr schön. Das haut schon brauchbarer aus. Pam, 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 pam. Hau mal das Glas raus. Warum geht denn das nicht kaputt? Ganz komisch. Und hier, das geht auch nicht kaputt. Obwohl ich mit der Axt drauf haue. Naja, ganz komisch. Ich weiß, das war nicht lustig. So, was bräuchten wir jetzt noch? Die Terrasse ist fertig, aber die bräuchten noch Halterungen in Form von Säulen. Also Holz, Stangen, pam, 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 pam. Jetzt geht es wieder rein. Mit der Axt die Tür auf und zuschlagen. Da sind wir wieder, Freunde. Hier, am frühen Morgen, in und bei Minecraft. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir wollen hier einen Dachgarten hinpflanzen. Und pflanzen, das falsche Wort ist. Ich meinte es umgangssprachlich. Doch ihr versteht das, denn wir sind Freunde. Wie ihr ja wisst. Denn jeder mag Anwander. Keine Frage. Und wer ihn nicht mag, ist ein Schwastel. Nein. So. Warten, nu. Das schaut doch schon ganz brauchbar aus. Aber das müssen wir hier ausweiten, alles. Ach nee, das war jetzt sowieso falsch. So. 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 Wesens geht es jetzt mit der Axt schneller weg. Das war alles andere, war ja früher immer so unlogisch. Hä? Du Doofkopf. Was soll denn das? Von genau Zielen hier jetzt. Weil man die Zäune sonst nicht trifft. Knacks. Wenn hier jetzt noch irgendein Creeper rumfleucht, dann werde ich sauer. Über Eis muss man übrigens hüpfen, dann ist man schneller. Und wir können jetzt mittlerweile wirklich mal wieder ernten. Wir haben es lange nicht gemacht. Das ist schon alles überreif. Das gammelt schon. Aber kann man noch essen. Ist noch gut. Ein bisschen Schimmel hat noch keinem geschadet. Jetzt gehen wir kurz hier durch. Jopp. Da war noch was. Ah, ist das krank. Zu viel. So viel braucht doch keiner. Was ist denn nur noch kleine Felder? Wenn ich mich da an frühere Karten, die ich mal hatte erinnere. Oder auch einfach an andere Let's Player. Was die da für riesige Felder haben. Ist nicht mal feierlich. So. So. Soll ich vielleicht nicht einmal auf der Taste bleiben. So. Tralalala. Tralalala. Und unten natürlich auch noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt muss man da unten auch Felder haben. Hm. Kung Fu. Ich kann Kung Fu. Und Karate. So. Auch alles schon reif. Schön, dass das hier unten so gut klappt. Hier sind wir eigentlich auch noch nicht ganz fertig. Das schaut mal nicht so schön aus. Vielleicht machen wir auch alles mit Cobblestone. Oder alles mit solchen Stone Bricks. Tralalala. Das ist zu viel. So viel braucht doch kein Mensch. Was machen wir mit dem ganzen Schrott? Eieiei. Jetzt ist das Inventar voll. Das ist ja der Hit. So. Wir können die aber eigentlich jetzt hier... Oh Gott. Das ist schon voller Stacks Samen. Wofür brauchen wir gar nicht. Wofür können wir auch gar nicht anpflanzen. So. Da hätten wir es jetzt schon mal. Hier kommt noch was hin. So. 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 Das sind erst 24. Also. Wir kriegen die nie alle weg. Wir brauchen die garantiert nicht auf. Das ist ausgeschlossen. So. So. Mal ganz geschickt eingefädelt. Ganz geschickt eingefädelt. Na. Ja. Reden wir über was anderes. Das. So. Haben wir jetzt wieder Platz. Eigentlich doch. Für die Samen haben wir wieder Platz. Für den Weizen sowieso. Gott. Haben wir viel Weizen. Jetzt haben wir immer noch 22 Samen übrig. Wir müssen eigentlich noch eine Etage anlegen. Theoretisch. Auf Dauer werden wir das wahrscheinlich auch. Wenn der genauso aussieht wie die hier. Ich habe jetzt Angst da oben den Stein rauszuhauen. Aber das machen wir ja jetzt eh nicht. Weil da kommt wahrscheinlich Sand runter. So. Und hier auch noch. Keiner Monster? Nein. Keiner Monster. Hippie. La la la. Oh Gott. Das ist jetzt meine. Antonette Stimme. Die ich mir angewöhnt habe. Wenn ihr nicht wisst wer das ist. Guckt mal. Mein Sims 3 Display. Das ist bestimmt auch ganz super für euch. Dann gehe ich mal von aus. Und dich nehme ich mit. So. Wir können hier eigentlich noch erweitern. Das wäre auch eigentlich nur logisch. Weil es ist ja das ganze Dach begehbar. So. Würde schon passen. Sitzt. Passt. Wackelt. Und hat ganz viel Luft. So. Und jetzt. Kann man hier 200 drauf pflanzen? Ja. Aber ich weiß nicht ob ich das will. Ach die gehen jetzt auch allgemein schneller abzubauen. Das ist ja schön. Schneller abzubauen. Jetzt. Ach komm wir schummeln hier jetzt einfach. Jetzt kann man die zwar mit einer Achse nicht mehr abbauen. Den schon. Aber den nicht. Weil es jetzt zwei halbe Blöcke sind. So. Habe ich die Tasten hier eigentlich belegt. Nur die habe ich alle nicht belegt. Weil das geht irgendwie in Minecraft nicht. Halt die auf der Maus. Die ganzen Extratasten. Die werden dann den Buchstabentasten auf der Tastatur zugewiesen. Beispiel F ist dann die eigene Taste hier ganz vorne bei der linken Maustaste. Sind da drei Tasten auf der Maustaste. Auf der eigentlichen linken Maustaste drauf. Also es gibt die normale linke Maustaste. Und da sind dann noch drei Tasten drüber. So kleinere. So wie man so einen Finger so ein bisschen gerade noch drücken kann. Ja. Und. Die werden mit Buchstaben belegt. Huch warum bewegt sich die Maus denn so verdammt schnell. Huch. Eieiei. Da hat man die Maus gepustet. Doch ist eigentlich schon richtig ne. Übrigens was ich auch mache. Habe ich euch schon erklärt. Ich kann ja hier so scrollen. Einfach normal. Oder ich kann hier die. Das Raster lösen. Und dann. Hui. Also ich mache jetzt gar nicht mehr. Aber das dreht sich halt automatisch weiter. Jetzt habe ich es wieder einrasten lassen. Weil sie irgendwo stehen bleibt. Wenn ich einrasten lasse. Ich gucke nicht hin. Beim Schwert. Also sind wir ein aggressiver Typ. Ein aggressiver Gesell. Ist irgendwie ganz nett hier oben. Aber. Das gewisse etwas fehlt noch. Nein. Das wollte ich gar nicht. Die Maus bewegt sich zu schnell. Entschuldige mal kurz. Nun ist wieder alles korrekt. Na. Eieieiei. Wieso habe ich so viele Frames per second. Jetzt habe ich irgendwie. Ne. Jetzt ist es wieder normal. Gerade eben hatte ich irgendwie 60, 70. Jetzt sind es wieder 30. Schön. Ich habe jetzt wie so beim Herzmonitor hier so eine Linie. Dann immer so. Piep, piep. Piep, piep. Aber die geht immer gerade. Weil es immer 30 bleibt. Eieieiei. Eieieiei. Ne. Bleibt bei 30. Ja. Ich bin ein bisschen doof. Ich weiß. Also wir wollten jetzt die Erde. Genau. Machen wir hier so einen kleinen Dachgarten. Der müsste eigentlich größer werden, ne? Wisst ihr was? Das machen wir auch. Da brauchen wir auch mal mehr Holz. Das ist schon eine coole Idee, wie wir das machen werden. Hui. Hui. Cool. Hat nicht geknackst. Machen wir hier ein paar kleine Bäume einfach weg. So. Der steht hier schon ewig. Das ist jetzt eine. Wir sprechen mit der Tradition und reißen diesen uralten Baum einfach mal ein. Alles muss einmal enden. Bis auf dieses Let's Play. Kann ich jetzt irgendwie nicht. Nein. Wir müssen mal an die Kisten im Haus ran. Renn endlich. So. Legen wir mal ein bisschen Schrott ab. So. 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 Legen wir mal alles ab. Braucht mal gerade eh nicht. Wir wollen jetzt nur Holz sammeln gehen. Wudi. 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 Danke. Und jetzt haben wir wirklich ein bisschen mehr Holz. Das hier komisches Bildnis aus Holz und Blattwerk haben wir hier vor uns meine Freunde. 카� Occascho. Nee, ich bin. Ist Auto. Man sollte hier. Sir. ich bin. ilim. shouldant hier? Das hier.